Die Moderatoren auf SWR 1, die haben teilweise recht originelle Ansagen. Die meisten sind von ihnen persönlich. Fangen wir mal mit der ersten an. Die ist aber nicht von persönlich. Die ist von jemand anderem. Aber es muss eine schon besondere Persönlichkeit sein, denn die Ansage ist folgendermaßen. Die Nacht mit Adrian Beric. Als nächstes wäre da Dörte Tempen. Bei der klingt das meistens so. Und der Abend mit Dörte Tempen. Hallo! Das war ähnlich. Michel Luke mit Michel Luke. Veit Berthold mit Veit Berthold hat der schon wieder so seinen Vornamen betont. Und dieser Veit. Ja, Sie wissen schon. Wer wäre denn da noch? Mit Böcke Steinbusch?